Hallo meine Lieben, ich bin der Weihnachtsmann. Heute wünsche ich euch ein frohes Fest und einen guten... Aber es ist doch erst September. Die Sommerferien sind gerade vorbei. Ähm... Und was soll diese Aufmachung? Hilf mir aber lieber im Haushalt. Die Kekse backen sich nicht von alleine. Aber es sind doch Ferien hier auf dem Nordpol. Ach so. Und da will sich der Werteherr verdrücken und einen drauf machen, was? Und wer soll die ganze Schmutzwäsche machen? Ich möchte doch nur Festtagsstimmung verbreiten. Festtagsstimmung in einem Arsch! Du kommst jetzt nach Hause und sorgst erstmal das Wohnzimmer. Irgendwann bringe ich sie um. Egal wie und wo du Ferien hast. Urlaub vor deiner Frau gibt es nicht. Ich Brickshippe jetzt. Brickship. Finden Sie den perfekten Partner für sich und Ihren Urlaub. Herr Rundt sich. T다 schnau. Und Freien